Bodo Zeichmann spielt Gitarre bei uns. Am Schlagzeug Christian Schwungbasser. Die Tourismusgruppe kompliziert Thomas Kleber am Bass. Und vorne dran, dieser Stoll, seit einigen Monaten erster Wahl in der Welt am ZNR. Karl-Heinz Mayer spielt jedenfalls 10 Nr. zu Kronen. Mein Name ist Christoph Müller, ich darf die Band leiten, das ein oder andere Sport spielen, schreiben für die Welt und auch mitspielen. Danke für die ganze Zeit.